Der schnellste Multi-Lounge-Coaster der Welt, da bin ich natürlich dabei. Und falls ihr meint, es klingt wie Werbung, ist es auch. Okay, wir hatten gerecht! Okay! Ja, das ist natürlich sehr schwer. So, einige Risse an! Aber wir versuchen es natürlich weiterhin. Der geht. Was ist denn klar, die Risse? Das ist ja langsam auch irgendwann gut! Hey, ihr habt ihr schon richtig? Meine Knapp, weil wir gehen da auf die Pferde! Die Pferde! Das ist tragisch! Haltet die Beine an! Das ist tragisch! Geht ja gut! Ja, wir haben es gesehen. Ja, war lustig. Ja, war gut. War okay. Ob ich Spaß gehabt habe? Ja. Ja, war okay. Kann man fahren. War echt super. Es macht total Spaß. Es ist im Regen so, dass es dann auch einfach vorkommt, als wenn dicke Hagelkörner einem ins Gesicht knallen. Ich glaube, das war auch bei mir der Fall. Ich hatte, glaube ich, die schlimmste Fahrt erwischt, weil bei mir waren ganz dicke Hagelkörner. Und ich glaube, viele Leute werden mich jetzt auch gar nicht mehr erkennen. Ich bin, glaube ich, total entstellt. Sie müssen hier große Einschusslöcher haben. Ja, es ist super halt mit den Kindern, weil die Erwachsenen können halt so ein, zwei Fahrgeschäfte für sich machen. Und die Kinder haben total Spaß. Und wenn die erst mal bemalt wie ein Schmetterling hier durch die Gegend laufen, finde ich das sensationell. Und selbst wenn es jetzt mal ein bisschen regnet, hast du auch genug Sachen, die überdacht sind. Also es ist echt... ... ... ... ... ... ... ...